Ich folge dir direkt. Ich folge dir direkt. Ich stelle mich mal links auf. Kannst du aber auch rechts, mein Witz. Nö, nö, mach du mal. Du hast es jetzt mal so schön gemacht. Wollen wir kurz aussteigen und einen Schneemann bauen, bis die Mühle warm ist? Hm. Oh, rot fünf wäre dann soweit. Ja, zwei Minus auch. Gut, Vitamine. Dann. Gelbe 1, Rakete. Gut, Fünf-Rakete. Und zwei Minus-Rakete. Zwei Minus-Solo. Zwei Minus-Solo. Überholf. Weg aufs Neu-Konto. Das ist schon ein schönes Flugzeug. Ja. Du hast eine schöne Übersicht im Pocket, finde ich. Ja. Nach vorne ist es nicht ganz so, aber das finde ich gleich so schön aus. Es ist schön hoch in der Mühle. Das finde ich ganz cool. Ja. Auch ein Kontakt ist 11 Uhr oberhalb, 10 Uhr. Ja, Viktor, Sicht, ja. Gehen Nord-Südpol abwechseln. Ja, sind mindestens drei. Ich kann nur zwei sehen. Ich sehe drei Konträder. Ja, zwei zusammen, einer weiter rein. Rolf. Weiter. Zwei hat zwölf jetzt. Einer, einzeln. Ja, es gibt aber auch der Rest von dem einen, die wir sagen. Glaub ich auch. Guckst du uns an? Ja, kann sein. Könnte recht sein, ja. Jetzt wieder in die Wolken reichen. Ja, einer geht jetzt Richtung Wolga, Richtung Ost. Zwei in die Wolken rein, ja. Ja. Da kommt wieder einer raus, da kommt wieder runter. Das ist eine deutsche Maschine, das ist ja 109. Der andere, der da abgackelt. Den kurz mal. Ich erhöhe die Leistung auf erhöhte Gefechtsleistung. Ist das 1,32 oder 1,42? Das ist 1,31. Echt? Achtung, wer war landen da? Wo? Irgendwie. Irgendwie, einer schießt es auch nicht. Das ist die Messer, die auf sie schießt, Levano. Ne, nicht auf mich, auf mich. Ne, war ich, das war eine Focke, die auf mich geschossen hat. Kommt bitte wieder in Formation, der dreht weiter über die Wolken hoch. Ach, du bist hinter mir gewesen, da war hinter mir, wenn ich da Focke. Dings da ist hinter dir. Okay. Naja, was? Ja, du hast Kingo gefolgt. Ja, du bist mir gefolgt. Geh wieder durch die Wolken, nach unten. Ja, wo, 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 wo? Über der Stadt Schrelingrad gerade. Ja, seh dich. Rüber. Die Bahn ist vor uns. Kurs ist 0,55. Ja, ja. Bisher hat der Stadt auch, ne? Ja. Das war aber keine, das war doch eine Messerschmitt, die da auf uns geballert hat. Ja, war's. Ja, war's. Aber ich glaub, er hat's jetzt gemerkt. Ja. Ich komm jetzt so richtig ran, an den, der da nach Osten wegfliegt. Ja. Die ist direkt vor dir. Oh, Achtung jetzt. So, gut so geteilt. Jetzt dreht sie. Ist aber eine 109, die Rechte, oder? Ja. Muss der Linke theoretisch auch sein. Die sind ja nicht, äh, Formationen. Das ist eine 109er. Ja. Der Rechte definitiv, der Linke muss es ja logischerweise auch sein. Sonst hätten wir schon ins Befrag gehabt. Ja. Okay. Gas zurück auf 1, 2. Ich drehe den Rolf. Ne, ich gehe in Kurs Lisa nach dem Linz. Die gehen wir mal. Ich gehe unter die Wolken. Äh, jetzt weiß ich nicht, welcher du bist. Der nach links wegfliegt. Der nach unten anbrückt. Der hinter hinter der Warnow-Light-Gefahrheit. Folge. Ah, okay, ja. Da geht einer links nach unten. Das war der Einzige, der das kam. Die Wolken rein, ne? Unter die Wolken. Ja, ja, jetzt geht es nicht. Ich gehe gerade in die Wolken rein. Ja, gleich. Jetzt bin ich auch vor dem, ja, angekommen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter nach unten gucken, weil jetzt können wir Kontakt für Unterhalt kriegen. Hartleaser. Da ist schon einer. Der ist deutlich tiefer, aber hat schon Kondens. Da dürfen wir es nicht, der Wolker. Wir sind bei denen nichts. Ja, ich komme auch rein. Das ist bestimmt ein Feind. Erhöhe Leistung auf die Fechtsleistung. Ja, das ist ein steigender Russe. Den wir uns. Bei denen über dem Platz, wenn wir den jetzt wegnutzen, dann ist es wieder ganz traurig. Der sieht uns noch nicht. Oh, das ist ja nicht. Ich werde gleich schießen. Oh, schwingt das mal. Ja. LHG 3. Ja, er schwingt ab. Ja, lass mal. Ja, ich will hinter euch. Vielleicht verbisert euch nachzusteigen. Ich habe ihn wohl nicht ganz gut genug drauf. Ich glaube, er dreht ab. Er ist zwar schwer beschädigt, aber noch gut. Ich komme dem Breiten noch mal an Ende. Einer stößt runter. Ja. Ja, das ist Libano. Ja, das ist... Na, da kriege ich aber keinen Winkel. Ja. Dann gehe ich noch mal ran. Vielleicht will er auch ran. Ich weiß noch, aber es sah nicht so aus. Es war nicht so entschieden. Ach. Ich lasse mich. Ich lasse ab. Okay, ich gehe ran. Okay, 3. Nee. Komm, du hast ihn gekriegt. Nee, nee. Ich probiere es noch mal. Stöß runter. Ja, ich sehe dich. Ich tauche kurz unter ihn. Da sind zwei Maschinen da unten. Ja, das bin ich mit dem Piraten. Ja, aber da kommt eine von oben rein jetzt. Okay. Ich sehe die andere nicht. Da sind zwei der unbestätigte Russe. Aber tief. Tief. Tief langsam. Da geht schon der Hut vor Kohlf ran. Sehr schön schießt. Ja, absolut. Schieb ab, Horridow. Schöner Schuss. Horridow. Ich gehe wieder auf den ersten Russen. Ich stehe nach oben wieder. Der hat geknallt. Ja, die Bahnhof, ich sehe dich da, glaube ich, reinstürzen. Ja. Komm gleich dran. Ich schaffe den Schuss reinsteigen. Ja, ich sehe dich. Ja, ja, ja. Ja, wenn er dir nachgeht, Libano, kann ich ihn nochmal nehmen. Nee, ich würde er nicht schaffen. Ich glaube fast, dass er kurz vom Land ist. Er ist sehr langsam. Wir sind direkt mal in Linz, gell? In der Nähe von Linz. Ich sag dir gleich nochmal, wo er ist. Ich kann es dir sagen, wir sind da 10.29 Meter. Ja, ich sehe dich kriegen. Allein wollte ich dann hier nicht hinfliegen. Ja, ich kann dich überraschen. Mal gucken, mach du mal, ja. Jetzt dreht halt Lisa, ja, nicht gesehen. Ich folge dir dann. Bei mir ist Gas ganz raus, selig. Bin jetzt gleich bei unserem Panzer 9.24. Durch. Ich bin immer dran. 10 Minuten. 10 Minuten. Ich bin dran. Ich folge dir wieder. Du bist frei. Oh, schöner Treffer. Das war's. Morito. Morito. Ist drin. Okay, lass uns mal wieder verpüßen hier. Ich hab einen Internet-Aufstieg. Was, das bist du lieber. Alles klar. Oh, was kommt da hinten unten? Ja, Russe kommt an mich ran, Russe kommt ran. Ich weiß, ich bin langsam schlecht. Scheiße, der macht mich weg. Nee, macht er nicht. Schieß vorbei. Oh, fuck. Ich krieg die nicht ausgebremst. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo seid ihr? Ja, er hängt noch. Das wüsste. Er hängt noch. Ja, ich bin gleich dran. Ich muss was machen. Bin dabei. Natürlich, er schießt. Bin dran. Hängt noch. Jawohl. Pfeffer. Wie dir? Na Flügel ab. Nao-Rido. Nao-Rido. Sauber. Schnell weg. Komm. Bin dabei jetzt. Und wieder maximal steigen. Ah, da hinten ist der Linkster da oben. Ich bin. Wo bin ich? Auf der 1 von dir? Dann drehe ich einmal rum. Ah, nee, warte. Bleib mal kurz da. Ich muss jetzt mich erstmal dokumentieren. Ich bin auf der Analyse. Bist du da oben leidest? Das ist eine Verbruch. Bist du das ungefähr? Ja. Ich bin, äh, Hallo 38 oder 28. 28 wahrscheinlich. Ich drehe jetzt auf 270. Ehm, mach mal wieder im Kreis. Äh, in Wartung, Wartung an. Okay. Wir kommen erst wieder hoch. Ja, lass nochmal nach Osten drehen, nach Lendingsk. Da kriegen wir noch ein Stück was. Die letzten Bilder. Ja. Da hat sich, glaube ich, einmal kurz getroffen. Das heißt, in Ordnung bei dir? Ja, bei mir ist alles okay. Ich habe gemerkt, dass ich einmal getroffen habe, aber es fliegt mal alles. Das ist, wie gesagt, gegen die Regeln. Nein, wir nicht wulschten, aber in der Nähe des Platzes sein. Ist doch okay. Boah. Oder ist das in Regeln auch verboten? Ich dachte, Abbas strafen ist verboten. Das machen wir ja auch nicht. Bombardieren und strafen auf dem Startplatz ist verboten, aber nicht direkt daneben abzuknallen. Ja. Ich war ja nicht gerade beim Start, sondern der war ja jetzt auch schon eben. Der war ja schon, naja. Also da hatte ich jetzt, wenn jemand hatte ich jetzt keine bedenken. Hi, Karaya. Hallo, Karaya. Hallo. Hi, Karaya. Hi, Daddy. Hallo, Karotte. Was? Was gibt's Neues? Ich möchte jetzt ab sofort Karotto genannt werden. Karotto? Karotto. Alles klar, Karotto. Also nicht deine Zunahme, sondern die der Tochter. Also ich hab jeden Tag einen Kilo gewonnen. Nächstes Mal mit der Tochter zusammen auf die Waage, ne? Zwei Kilo, zwei Kilo Schweiß und Urin verloren, einen Kilo angefressen. Da hat's Laura-Marie jetzt schon wieder zugelaufen. Ne, die ersten paar Tage verlieren die ja, weil sie gar nicht wirklich trinken. Ja, ganz normal, die verlieren zu Beginn die ersten paar Tage bis zu 10 Prozent des Endgewichts. Aber, ja, jetzt fängt sie schon zum Entrinken an und jetzt kommt doch schon eine gescheite Vormilch und, ja, passt alles. Ist auch schön, bei der eigenen Frau wieder anzusen, wenn wir dann euch weitergrößer werden. Macht schnell ein Foto. Wenn man sich dann denkt, darf ich danach da mitspielen? Levanut, ZMU-Kontaktinformation, drei Uhr tief, Gegenkurs. Oh, ja, sehe ich. Ich hab auf ein Uhr eben gerade einen beobachten wollt, den melden, aber drei Uhr ist interessant, aber die sind viel höher. Wo fliegst du denn? Auf Nights at the Air. Ihhh, da fliegen doch fast keine Rumpen. Ja, die drehen in unsere Richtung schon. King hat zu drei gesagt, die sind nur zwei. ZMU, ja, ja, nee, zwei. Warte, wechselt in fünf Minuten auch. Nehmen wir noch an. Weil, der eine, der letzte, der dritte ist ja hinter eins. Ja, die haben sich jetzt auch den, wie gesehen das. Ja, es sind Russen, die greifen an, die fliegen durch. Wir schwingen ab, Immelmann, und runter. Pauke, Pauke. Was, wie, was, wie, wo, wo? Na ja, guck mal, links da. Da, dort. Bei Leninsk. Bei der Stadt. Könnte sein. Wartet auf mich, ich stürze mit meiner 88 auch noch rein. Oh, 88 stürzen haben wir ein bisschen geübt, zuletzt. Wir haben ja 110er in den Tod hinein stürzen geübt, in der ganze Zeit. Die treiben sich jetzt, jetzt können wir ran. Das könnte aber auch eine Falle werden, jetzt müssen wir aufpassen. Naja, es sind drei Stück Personen auch. Wirklich drei? Sie sind schneller an deinem Arsch, als du denkst. Geh dich rein stürzen. Ich sehe euch. Guck mal, wie du da einen mitnimmst. Die sind schneller an deinem Arsch, als ein paar in den Knasteinsassen im türkischen Gefängnis. Ich steig nochmal hoch. Ja, es ist. Ich hab Höhe, ich hab vier Kanonen, sagt wo. Geh mal ran. Einer schießt. Ja, da kann ich jetzt um nachzuschießen, aber ohne Energie. Schöner dran. Liegt aber noch. Ich nehme den anderen. Oh, da ist der den dritten auch. Scheiße, ja. Nein, es steigt nicht ja hoch. Sack, wo du zu schießen. Ja, versuchen wir uns ein bisschen mal nach Westen zu setzen. Müssen wir nicht nochmal in die Flacht reingehen. Ja, 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 ja. Dings da, ich sehe dich gerade abschwenken. Nach rechts unten, genau unter dir ist alles. Äh, ne, nach links unten bin ich abgeschwungen, aber... Ich hab's nicht genau gesehen, aber jedenfalls unter uns. Es müsste auch deine Position sein. Geh wieder runter. Ich bin ein bisschen, äh, westlich des Feldes. Nordwestlich des Feldes. Das geht gut. Ah, ich sehe dich, die waren so Diska da ran. Ja, ich sehe dich noch nicht, ich glaube, ich bin dann vor dir. Ja, da bleib ich mal raus. Okay. Seht ich. Geht weiter Rolf, geht weiter Rolf, geht weiter Rolf. Geht in Vollkreis. Geht immer dann, einmal. Sieht aus. Folge dir. Über den Wolken sind zwei Maschinen. Durch. Ich hab nur einen, kurz am Treffer. Und raus. Ja, wir sollten uns... Also wir sind jetzt schon ziemlich lange hier. Ist doch alles gut, wir haben noch Energie, Höhe, Schwierigkeit. Wie gesagt, zwei Kontakte über den Wolken. Eben, das war nicht. Durchsicht des Feldes. Leute, die Karte geht ja in der Verlangen. Ja, gut. Nein, da steigt steil nach oben. Ich muss dem ausweichen. Okay, ich geh den an. Ich glaube, jetzt folgt er dir. Jetzt wird er ein bisschen aggressiv. Folgt ihm mal. Geh ran. Er steigt. Ohne Aufwärtsspirale. Es ist eine LH5, FN glaube ich. Hat einen Stern. Ja, danke, bin frei. FN dürfte es noch nicht geben hier. F gibt es wahrscheinlich. Geh ran. Oh, fuck. Da trifft er sogar. Pfeffer. Folgt noch. Und mein Flügel ist leider ab. Ich muss raus. Oh. Bin durch. Jetzt habe ich ihn hinten dran. So eine Scheiße. Oh, das sind nur noch 50 Sekunden. Nein. Ich glaube, der macht aber nichts. Von wegen, es sind nur noch ein paar Minuten. Oh, ich habe einen hinten dran. Jetzt sage ich den BOX, um abgeschossen zu werden. Maridoking. King, du bist frei. Ja, danke. Also, ich habe nicht frei geschossen, aber ich sehe es von hier noch am Schirm. Er ist gerade abgesprungen irgendwie. Baff, der ist aufgeschlagen. Einer versucht, da nachzustrengen. Schafft er aber nicht. Jetzt schießt er ganz weit in Entfernung. Oh ja, der trifft aber ganz gut. Genau, wollte gerade sagen. Ist gar nicht schlecht. Aber er kippt wieder ab. Ist außer Schussreichweite. Den kriegst du noch eventuell. Ja, wobei, so viele Sekunden. Nee, reicht jetzt. Ich glaube, ich habe jetzt vier oder fünf gekillt. Was bin ich mir nicht ganz sicher. Oh. Oh, der hat mich auch ganz gut erwischt. Ich habe meine linke Square. Oder er ist durch. Weg. Ah, ich ziehe mich mal raus. Dafür hast du doch zwei, du Heul-Suse. Oh, einer ist hinter mir. Und? Das ist ein Russe, ja. Das müsste rum sein. Also, hier wird keine Zeit mehr angeht. Achso, eben kam noch mal eine Minute Nachzeit. Ich kann die einfach identifizieren. Nee, das gibt es nicht. Selig King, er schießt aus weiter Entfernung. Schafft er aber nicht mal. Die Reichweite der MGs geht nicht mal so weit. Wenn du jetzt ein bisschen andrückst einfach. Ah, ich drück's heute schon. Nicht extrem, nur so ein bisschen genau. Dann kommst du ihm weg. Abstand wird leicht größer. Noch 30 Sekunden. Hast du gelesen? Ist schon der erste am 0. Am 0. Ja, habe ich schon gehört. Äh, gesehen. Was hat er geschrieben? Gehört. Ja, sind wir nicht da... Sind wir nicht weg von den Luftflächen? Ja. 50 Kilometer. 7, 6. Ja, 4 Kills. Geil. Nicht schlecht, ja. Oh, Ruedo. Oh, Ruedo. Ja, die Focke ist schon eine Macht irgendwie, ne? Gerade wenn man die mit mehreren fliegt. Ja, war gut. War jetzt von mir Leichtsinn am Ende. Ich gehe mal schnell eine Flützen und dann... Ich gehe mal weiter fliegen.